Sechs Monate nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges hielt Freud einen Vortrag vor der Wiener Loge des jüdischen Clubs Söhne des Bundes, der als Grundlage für den zweiten Essay von Zeitgemäßes über Krieg und Tod dienen wird. Trägt der erste Essay, dessen Zusammenfassung Sie auf diesem Kanal hören können, den doppeldeutigen Titel Die Enttäuschung des Krieges, in dem Freud weniger auf die emotionale Reaktion auf den Krieg, als auf das Ende einer Illusion, nämlich dass Kriege kontrollierbar sein verweist, so ist der zweite Essay mit der Überschrift Unser Verhältnis zum Tod versehen. Freud folgend ist unser Verhältnis zum Tod nur unter Berücksichtigung des Unbewussten zu verstehen. Erst wenn wir das Unbewusste in unserem Nachdenken über die Endlichkeit der menschlichen Existenz aufnehmen, können wir unsere Beziehung zum Tod besser verstehen. Wie kommt Freud auf diesen Gedanken? Ausgangspunkt Freuds ist unsere Bezugnahme auf das endliche Leben. In dieser zeigt sich etwas äußerst Überraschendes. Anstatt den Tod als Endpunkt unseres Daseins zu begreifen, tendieren wir dazu, den Tod auszuschließen, den Tod abzusondern oder den Tod auf uns wenig erkundetes seelisches Territorium zu verbannen. Über den Tod wird so eine Art Bannfluch ausgesprochen. Dies geschieht jedoch nicht innerhalb eines ruhigen Reflektierens über den Tod. Gemäß dem epokreischen Motto, mit dem Tod habe ich nichts zu schaffen. Bin ich, ist er nicht, ist er, bin ich nicht. Sondern es geschieht im Modus der Verleugnung oder vielleicht im selten erwähnten Phänomen der negativen Halluzination. Letzteres führt zu dem absoluten Ausschluss der Wahrnehmung von Endlichkeit des Lebens nach dem Motto, ich lebe und das ohne Ende. Diese Verweigerung der Realität steht so nach Freud unter der Herrschaft des mit reiner Positivität aufgeladenen Unbewussten. Im Unbewussten ist jeder Mensch von seiner Unsterblichkeit überzeugt. In diesem Sinne wird im Alltag der Tod zu etwas eher zufälligen, abseitigen. Es ist dann der Krebs, der Unfall, die Infektion, die den Menschen dahin rafften. Es sind ungefragte Besuche ins Haus des Lebens eingezogen und haben es zum Einstürzen gebracht. So fällt es uns leicht im Auftrag des Unbewussten den Tod zu verleugnen und ihnen seine Notwendigkeit im Spiel des Lebens zu missachten. Jetzt fällt es leichter, die alltägliche Verleugnung des Todes zu verstehen, da wir die Positivität des Unbewussten kennengelernt haben. Das Unbewusste kennt kein Nein und nimmt keine Kenntnis vom Tod, dessen Substanz das ultimative Nein zum Leben ist. Neben der Berücksichtigung des Unbewussten gibt es nach Freud noch einen anderen Weg zu einem vertieften Verständnis des Todes. Dieser Weg führt über die Konstruktion des Urmenschen, einer über Rückschlüsse suponierten Figur im freudschen Oeuvre. Der Urmensch hatte ein äußerst widersprüchliches Verhältnis zum Tod. Auf sich selbst bezogen war er ihm unbekannt, von keinem Interesse. Wir können durchaus sagen, er verleugnete den eigenen Tod. Ganz anders stellt sich jedoch der Tod des anderen dar, den er herbeiführte, indem er ihn tötete. Er mordete gerne und wie selbstverständlich, schreibt Freud. Dementsprechend ist unsere Urgeschichte eine Geschichte der Morde, der Mörder, des Tötens, der Urverbrechen. Der Nachlass dieser Urzeit des Mordes ist unser in dem seelischen Tiefe entschlummerndes Schuldgefühl. Die Religion machte aus dem Gefühl das Schuldigsein, die Erbsünde und tauschte, ob mit oder ohne Urbsicht, wir wissen es nicht, das Morden gegen den Wissensdurst einen des Menschen, hier natürlich den Wissensdurst einer Frau, Eva. Zu der inneren Spaltung des Urmenschen, den eigenen Tod zu verleugnen und den anderen wie selbstverständlich zu töten, gesellte sich jedoch noch etwas Drittes. Der Tod eines geliebten Angehörigen, der zwiespältig vom Überleben erfahren wurde. Einerseits liebte er den Verstorbenen, andererseits hasste er ihn. Diese Gefühlsambivalenz dem verstorbenen Menschen gegenüber hatte weitreichende psychohistorische Folgen. Der Konflikt aus Liebe und Hass, Zuwendung und Feindseligkeit unterlief eine kompromisshafte Lösung. Für Freud wurde an dieser Stelle Psyche und Physis separiert. Diese Trennung ermöglichte die seelische Unsterblichkeit und körperliche Sterblichkeit des Angehörigen. In der Unsterblichkeit erfüllte sich der Auftrag des Unbewussten in Form der Verleugnung des Todes. Durch das Vergehen des Leibes fand die Feindseligkeit ihren Gegenstand. So entspringen an der Leiche des Geliebten Psychologie und Unsterblichkeitslehre. Aber auch die Ethik mit ihrem Leitspruch, du sollst nicht töten, hält Einzug und reagiert mit diesem Verbot der Tötung des geliebten und gehassten Menschens. Für Freud beweist, du sollst nicht töten, geradezu die Tötungsimpulse des Menschen. Warum sollte man etwas verbieten, was es gar nicht gibt? Der Krieg arbeitet gegen die Verleugnung des Todes durch das Unbewusste, ist aber auch das Ende der Zufälligkeit des Todes in Friedenszeiten. Er ist nun da, wird und wirkt notwendig. Nun wird gestorben. Im Krieg bröckelt die kulturelle Fassade des Homo Sapiens und der Urmensch erscheint aus den seelischen Hinterhöfen. Das Unbewusste verhält sich nun wie der Urmensch. Es ist reine Positivität und kennt keine Verneinung, kein Sterben, keinen Tod. Es kennt nur Unsterblichkeit. Der Held, der scheinbar hohen Idealen dient und sein Leben dabei riskiert, ist nichts weniger als ein tollkühner im Dienste des Unbewussten. Denn keineswegs vertritt der hohe Ideale, sondern lebt sein unbewusstes, ausgemäß dem Motto, es kann dir nichts geschehen, da du ewig weiterleben wirst. In diesem Sinne gibt es auch kein Risiko. Da der Held keine Angst hat, ist er nicht mutig, auch nicht tollkühn. Er folgt einfach nur dem Ruf des Unbewussten. Es kann dir nichts geschehen. Anders als der Urmensch tötet das Unbewusste in seiner Gedankenwelt. Hol dich doch, der Teufel, rufen wir in unseren Gedanken und wünscht so den Tod des anderen. Nicht der Akt, also die Verwirklichung. Das Töten selbst bestimmt den Ablauf. Der Akt wird zur Potenz, zum Möglichen, was nicht bedeutet, dass das Töten endet. Es wird nur ein wenig ausgebremst. Resümieren wir nun in den Worten Sigmund Freuds. Unser Unbewusstes ist gegen die Vorstellung des eigenen Todes ebenso unzugänglich, gegen den Fremden ebenso mordlustig, gegen die geliebte Person ebenso zwiespältig wie der Mensch der Urzeit. Wie weit haben wir uns aber in der konventionell-kulturellen Einstellung gegen den Tod von diesen Urzustände entfernt? Es ist leicht zu sagen, wie der Krieg in diese Entzweihung eingreift. Er streift uns die späteren Kulturlagerungen ab und lässt den Urmensch in uns wieder zum Vorschein kommen. Er zwingt uns wieder Helden zu sein, die an den eigenen Tod nicht glauben können. Er bezeichnet uns die Fremden als Feinde, deren Tod man herbeiführen und herbeiwünschen soll. Er rät uns, uns über den Tod geliebter Menschen hinwegzusetzen. Der Krieg ist aber nicht abzuschaffen. Solange die Existenzbedingungen der Völker so verschieden und die Abstoßungen unter ihnen so heftig sind, wird es Kriege geben müssen. Da hebt sich nun die Frage, sollten wir nicht diejenigen sein, die nachgeben und sich ihm anpassen? Sollten wir nicht zugestehen, dass wir mit unserer kulturellen Einstellung zum Tod psychologisch wieder einmal über unseren Stand gelebt haben und vielmehr umkehren und die Wahrheit vertieren? Wäre es nicht besser, dem Tod den Platz in der Wirklichkeit in unseren Gedanken einzuräumen, der ihm gebührt und unsere unbewusste Einstellung zum Tod, die wir bisher so sorgfältig unterdrückt haben, ein wenig mehr hervorzukehren? Es scheint das keine Höherleistung zu sein, eher ein Rückschritt in manchen Stücken, eine Regression. Aber es hat den Vorteil, der Wahrhaftigkeit mehr Rechnung zu tragen und uns das Leben wieder erträglicher zu machen. Das Leben zu ertragen, bleibt jedoch die erste Pflicht aller Lebenden. Die Illusion wird wertlos, wenn sie uns darin stört. Wir erinnern uns des alten Spruches Sivis patsem parabellum Wenn du den Frieden erhalten willst, so rüstet zum Krieg Es wäre zeitgemäß, ihn abzuändern Sivis vitam paramortem Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein Wie ist das Leben aushalten? Bis zum nächsten Mal. Wie ist das Leben aushalten? Vielen Dank.